Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Well-Law-Share-Studio-Kanal. Hier und heute gibt es die Prognose der Serie A. Nur kleiner Disclaimer, ich nehme das hier gerade am Donnerstag auf. Hier nehme ich gerade meine ganzen vier Prognosen für die Top-4-Ligen auf. Also nicht wundern, dass da halt auch noch der Stand dann vielleicht von einem Spieltag noch nicht ganz mit drin ist. Und zwar geht es heute um die Serie A-Prognose. Wie schon im Bundesliga-Video gesagt, bin ich einfach kein Fan davon, eine Prognose zu einer Liga zu machen oder zu einem Wettbewerb, wo sich noch viel ändern kann. Die Transferphase ist inzwischen zu. Nur noch die Türkei hat heute offen hier am Donnerstag. Aber wenn das Video draußen ist, ist auch das Transferfenster zu. Die Teams stehen und dementsprechend kann man für mich jetzt eine richtige Prognose erst abgeben, auch wenn schon ein paar Spieltage gespielt sind. Wir kommen auch hier wieder unterteilt, dass im Meister-Champ-Sieg-Plätze, die restlichen Europa-Pokal-Plätze. Ich gucke kurz auf die Aufsteiger und ich sage auch, welche Teams im Abstiegskampf sind und wer am Ende runtergeht. Meisterschaftsfrage. Es ist in der Serie A, glaube ich, so spannend wie in keiner anderen Liga. Man muss aber auch ganz klar sagen, ihr wisst, ich bin Juve-Fan selber Italo. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass von den Top-4 liegen, die Spitze der Serie A mit Abstand die schwächste ist. Das hört man vielleicht nicht gerne in Italien, aber man muss halt sagen, in Deutschland hast du wenigstens den FC Bayern München, in England hast du zig Teams und in Spanien hast du zumindest Real Madrid, die auf einem gewissen Level sind und auch Atletico, teilweise noch Barca. In Italien haben wir definitiv die schlechtesten Top-Top-Teams, aber wir sind dafür sehr, sehr breit aufgestellt. Denn theoretisch gibt es fünf Meisterschaftskandidaten, vielleicht sogar sechs muss man sagen. Du hast Inter, die darum kämpfen wollen, Milan, Juve hat eigentlich den Anspruch auch, dann Napoli, die darauf schielen und so mit Außenseiter Chancen, Atalanta, Roma, die eigentlich auch sehr, sehr stark agieren, auch gerade am Anfang. Also Atalanta zum Beispiel wieder wirklich eine geile Sonne am Spielen bisher sind. Und du hast halt viele Teams mit Ambitionen. Welches dieser ganzen Teams sehe ich aber am ehesten auf dem Meisterschaftsplatz? Inter. Ich sehe tatsächlich Inter als Meister auch immer noch. Ja, der Saisonstart von Inter war jetzt auch nicht der überragendste, muss man sagen. Und man hat zum Beispiel auch im Duell gegen Bayern ganz klar den Unterschied gemerkt, was halt momentan so einen Top-5, 6-Klub angeht. Und der vermeintlich erste oder zweitbeste Klub in Italien, da ist einfach momentan schon noch so ein Level an Unterschied, seitdem Juventus Turin eben etwas abgebaut hat die letzten zwei, drei Jahre, hat Italien einfach nicht mehr solche Teams. Aber ich sehe Inter am ehesten noch als Meisterschaftskandidat. Warum? Die hatten keinerlei, also man sieht ganz klar bei Inter, sie hatten keinerlei groben Abgänge. Das Grinia wurde behalten. Man hat sich gut verstärkt. Man hat sinnvolle Verstärkungen getätigt und haben den Romelu Lukaku, den man geholt hat. Das sehe ich bei der Konkurrenz eben nicht ganz so stark. Milan zum Beispiel hatte keine gute Transferphase, hat gleichzeitig Cassi verloren. Insgesamt sehe ich Inter vom Kader am stärksten. Sie haben den Trainer, den sie jetzt schon die letzten Jahre hatten. Du hast ein gutes System, bist komplett eingespielt in diesem System und ich denke, dass Inter, sobald die Maschinerie so ein bisschen besser entlaufen kommt, wenn dann Lukaku wieder komplett fit ist, wieder komplett mal durchstarten kann und seinen Lauf langsam kommen kann und dieses Traumdur mit Lautaro da vorne, dass Inter sich durchsetzen wird und am Ende als Meister hervorgehen wird, auch wenn ich das als Juve-Fan natürlich nicht so gerne sehe. Also mir wäre viel lieber, dass es Milan, Napoli am besten Juve wird oder auch einer der anderen Teams, aber ich sehe am Ende Inter vorne. Denn in den Champions-League-Plätzen sehe ich Milan auf jeden Fall dahinter. Milan wäre auch Platz 2 bei mir in der Tabelle. Milan hat ein geiles Team. Sie haben natürlich ein junges, gutes Team, auch unglaublich viel Potenzial in so Spielern wie Rafael Leao und Co. Aber man hat natürlich auch ein paar Problemchen schon, muss man sagen, denn du bist schon viel von der Kreativität vorne abhängig, was Leao angeht. Das muss man schon sagen. So Spieler wie Salemakers, der dann jetzt ja auch zum Beispiel in der Champions League zwar getroffen hat, was ganz schön ist, aber das sind so Spieler, die da sehe ich das Upside nicht. Bei Dicata Lea muss man natürlich auch noch schauen, wie der sich macht. Du hast aber vorne im Sturmzentrum, hast du zwar einen Giroud, auf den du dich verlassen kannst. Der macht seine 10 Tore plus. Er ist zuverlässig, aber das ist jetzt auch kein Stürmer, wo ich sage, der haut dir halt die 20 Dinger plus rein. Da sehe ich bei Milan aktuell gar keinen. Ibra noch verletzt. Hinten sieht es auch soweit alles gut aus, aber auch da die Verstärkungen jetzt hier, zum Beispiel der von Schalke kam. Du hast halt noch einen Dest, von dem ich jetzt nicht ganz so viel halte. Da hast du aufrecht schon Calabria und Florenzi. Im Mittelfeld hattest du noch den Vranch oder wie auch der ausgesprochen wird von Wolfsburg. Das sind alles junge Spieler. Ich finde es gut, dass Milan ihr ein Konzept beibehalten, mit jungen Spielern weiterzumachen. Aber ich sehe jetzt nicht den Benefit so, oder ich sage, die Qualität wurde erhöht. Insgesamt würde ich sagen, allein mit dem Kessi-Abgang und mit dem, was alles reinkam, sehe ich Milan einen Ticken schlechter in der Startelf. Ganz klar für mich sogar, weil Kessi war schon sehr, sehr stark. Und ich sehe Milan auf jeden Fall auf den Champions League-Plätzen, aber muss man sagen, auch relativ sicher eigentlich, dass sie die Champions League erreichen werden. Danach Napoli. Ein Umbruch, einen sehr interessanten Umbruch. Ich meine Mertensweg, Insigneweg, Koulibalyweg. Es gab noch viele andere Sachen, die hätten passieren können. Keylor, Navas war noch im Gespräch und Co. Du hast jetzt gerade den Georgier, der gerade alles rasiert. Du hast Giovanni Simeone noch mal im Sturm. Eine echte Alternative endlich zu Ozy Mann. Du hast Kim in der Verteidigung, der bisher soweit einen guten Job macht. Allgemein ist bei Napoli eine Aufbruchsstimmung. Ein Umbruch, der vielleicht auch endlich mal nötig war, muss man sagen, weil Napoli hat es jetzt nie geschafft, den Titel wirklich zu holen. Sie sind ein Champions League-Team. Immer gewesen so. Aber irgendwie war es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass dieser Wechsel mal kam. So ein Austausch vom Personal ist auch nicht immer negativ, auch wenn natürlich einige Legenden darin gingen. Und gerade, ich glaube, der bitterste Abgang fast schon ist noch Fabian Ruiz, weil der halt auch noch im besten Fußballalter war. Aber auch da hast du ja schon im letzten Jahr Sambu in Guisa dir geholt. Und insgesamt wirkt Napoli sehr, sehr erfrischend. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so erfrischend sind, dass man sagt, ey, die holen den Titel. Aber ich denke, ein Champions-League-Platz ist sicher. Und wem gehört der vierte Champions-League-Spot? Das ist gar nicht so einfach. Klar, ich als Juve-Fan will euch easygoing sagen, Juve macht das. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so wie ich schon im Champions League-Video gesagt habe, wo ich ja meinte, wenn Juve so weitermacht wie aktuell, dann werden sie rausfliegen. So sehe ich auch den vierten Platz gefährdet. Das Ding ist halt, Juve ist trotz der ganzen Probleme natürlich eine extrem abgeklärte Mannschaft. Wir haben individuelle Klasse, die Atalanta oder die Roma einfach nicht haben. Das muss man schon sagen. Auch wenn immer viel der Kader kritisiert wird. Wir haben auch leider einen komplett inkompetenten Trainer auf der Trainerbank. Und ein Spiel, was wir da spielen, ist komplett Katastrophe. Trotzdem sage ich, Juve macht den vierten Platz. Ja, wir werden vierter. Aber das wird ein ziemlicher Kampf. Das wird auch eine ziemlich depressive Saison, um echt zu sein, rein spielerisch. Ich denke, am Ende machen wir es. Trotzdem, ich hoffe es zumindest, dass wir die Champions-League sichern und danach alle gefeuern. Ich denke nicht, dass Roma oder Atalanta uns davon stürzen, aber ich würde mich irgendwie auch nicht wundern. Trotzdem vielleicht, doch, Juve macht den vierten Platz. Also Juve wird in die Champions League einziehen. Ich glaube nicht, dass wir so weit abstürzen, weil wenn es wirklich so sein sollte, dass die Champions League extrem gefährdet ist, ich glaube, dann zieht man vorher doch die Reißleine. So viel Hoffnung habe ich dann doch noch in dem Vorstand. Dann holt mal vielleicht Thomas Tuchel, aber das bleibt nur ein Traum. Dann sehe ich nämlich in den anderen beiden Plätzen, also 5 und 6, sehe ich dann Atalanta und Roma relativ klar. Klar kann man sagen, noch über Lazio diskutieren. Lazio sehe ich da aber überhaupt nicht so stark. Atalanta und Roma sehe ich da noch mal auf einem anderen Niveau. Und Lazio wird versuchen, auch dort vorzustoßen, aber ich sehe sie nicht wirklich vor Atalanta und Roma. Über andere Teams wie Fiorentina will ich nicht groß reden, weil Fiorentina ist für mich so ein Team, die sind gut, aber die sind für mich halt einstelliger Tabellenplatz. Ich gebe dem Fiorentina da überhaupt keine Hoffnung, dass man sagt, die landen jetzt irgendwie auf Platz 6 oder so, da sehe ich sie überhaupt nicht. Also da sind sie viel zu weit weg, die sind noch mal ein ganzes Stück schwächer als Lazio und Seefiorentina irgendwo so auf 8, 9 irgendwie. Plus, ja, kann halt immer sein, dass Tassolo noch vor denen landet, vielleicht Udine, die einen guten Saisonstart hatten. Muss man mal schauen. Die Aufsteiger, muss man echt sagen, sind alle im Abstiegskampf dieses Mal. Also in der Bundesliga hatten wir es ja so, dass Werder Bremen zum Beispiel Mittelfeldkandidat für mich ist. Hier hat man nur Abstiegskandidaten. Also Lecce ist hier aufgestiegen, Cremonese und Monza. Die sehe ich alle im Abstiegskampf, deswegen kann ich auch gleich dorthin gehen. Und zwar, der Abstiegskampf in der Serie A ist sehr breit und sehr, sehr interessant. Weil ich habe hier mehrere Teams, die ich zum Beispiel involviert sehe. Nummer 1 ist Empoli. Empoli ist halt immer ein Team eigentlich so, dass ein klassisches, unteres Mittelfeldteam ist, vielleicht mal eine etwas bessere Saison spielt, aber immer gefährdet. Trotzdem denke ich, dass sie doch so gefestigt sind, dass sie sich halten. Sie haben ja auch den ein oder anderen sehr interessanten Spieler, wie den Albaner Bayrami, deiner Offensive, der denen eben viel Hoffnung gibt, was einen Nichtabstieg angeht. Ich sehe Empoli trotz der Gefahr, dass man im Kampf ist, das sehe ich so auch noch in der Serie A. Lecce sehe ich tatsächlich auch in der Serie A, weil die Defensive stimmt bei Lecce, muss man sagen. Sie kassieren nicht viele Gegentore, das sieht schon sehr gut aus. Spielerisch muss ich auch sagen, überzeugt Lecce. Das, was ein bisschen der Knackpunkt ist, ist der Sturm. Man schießt zu wenig Tore. Man hat eine gute Defensive, man ist spielerisch wirklich sehr ordentlich, wie ein Aufsteiger. Aber ich habe das Gefühl, da könnte es so ein bisschen, was denen so ein bisschen abhanden kommen kann, ist wirklich dieser eine Vollstrecker, wo du wirklich sagst, ja, der macht die Tore dann auch. Denn Chancen spielt sich Lecce eigentlich gut heraus, aber es hapert noch ein bisschen am Tore schießen. Wenn man das im Griff kriegt, glaube ich, dass Lecce sich auch retten kann. Dann haben wir Monster, die natürlich komplett katastrophal gestartet sind, aber bei Monster sehe ich das gleiche Problem, wie zum Beispiel in der Premier League mit Nottingham. Du hast halt so viele neue Spieler, du hast auch extrem viel Qualität, sie haben auch mit Abstand die größte Qualität von den Aufsteigern. Ich glaube, Monster wird eine ganz, ganz schwierige Hinrunde haben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass erstmal alle Mechanismen funktionieren und Co. Also bei Monster würde ich wirklich warten, so bis Spieltag 9, 10, dann muss es langsam anfangen zu laufen. Klar, dann kann der Trainer auch schon wieder weg sein, aber ein bisschen Zeit muss man denn geben, wenn du so viele Neuzugänge hast. Aber ich denke, sobald Monster sich ein bisschen einspielen kann, dass das Richtige war, dass sie dann nicht absteigen werden, weil die Qualität ist dann schon vorhanden. Ein Team, wo ich sage, ich denke nicht, dass sie absteigen, aber wo ich sage, wenn es passiert, dann ist man selber schuld und es ist eine Gefahr, ist Hellas Verona. Hellas ist eigentlich komplett in der Serie A angekommen in den letzten Jahren, ist eigentlich so ein Mittelfeldteam, das vielleicht auch mal eine etwas bessere Saison, etwas schlechter spielt. Irgendwo so in der Range von 12 bis 8 Mal, irgendwie so sieht man Hellas halt. Aber sie haben vor der Saison Barak abgegeben, Kaplari und Giovanni Simeone und das war halt ein Sturm, der zusammen 57 Score-Up-Punkte erzielt hat im letzten Jahr. Das heißt, eigentlich alles gemacht hat da vorne. Die drei hat man komplett abgegeben. Man muss gucken, inwiefern Hellas das hinkriegt, aber ich sage mal so, es würde mich nicht wundern, wenn Hellas länger in der Saison im Abstiegskampf ist, weil du diese Offensive, die du halt einfach abgegeben hast, die wird dir fehlen. Die wird dir auf jeden Fall fehlen. Jetzt natürlich die Frage, wer steigt ab? Salernitana sehe ich nicht als Absteiger. Die, finde ich, bisher hatten einen guten Saisonschlag. Deren Kader ist eigentlich auch soweit ganz gut aufgestellt. Die sehe ich nicht im Abstiegskampf. Cremonese sehe ich tatsächlich, dass die runtergehen. Die sind für mich so das Team Nummer 1, wo ich einfach denke, die sind von den Aufsteigern nicht qualitativ genug besetzt. Sie haben jetzt auch zum Beispiel jemanden wie Fagioli nicht nochmal kriegen können, der doch bei Juve geblieben ist. Das wäre nochmal ein Spieler, der wichtig gewesen wäre, der auch wirklich ein zentraler Punkt des Aufstiegs war. Insgesamt denke ich, dass Cremonese einfach nicht die Qualität haben wird, abzusteigen. Demnächst denke ich auch noch, dass dazu Spezia absteigen wird. Auch die in den letzten 1-2 Jahren haben sich ja doch immer halten können. Ich denke, dieses Jahr geht es runter für Spezia und Sampdoria. Sampdoria ist einfach, wäre sehr schade, muss ich sagen. Gerade auch, weil es dann der zweite Final-Genuar wäre, der absteigt. Aber Sampdoria überzeugt mich gar nicht. Also 0,0. Auch das Spiel gegen Juve zum Beispiel war grausam von denen. Klar kann man sagen gegen Juve. Aber so schlecht wie Juve gespielt hat, war eine Katastrophe. Und trotzdem, obwohl Juve wirklich viel Spiel nichts mehr getan hat, nicht mal irgendwie krass stand, oder so ging bei Sampdoria wirklich nichts, nichts, nichts. Sie haben halt auch einen Sturm, wo man einfach sagen muss, warum agiert man da so? Du baust alles auf einen 39-jährigen Quagliarella, der jetzt nicht nur seit letztem Jahr schon abgebaut hatte deutlicher, sondern schon davor das Jahr nicht mehr der Quagliarella war. Er hatte noch diese eine Vintage-Saison vor zwei Jahren, war das glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Da hatte er nochmal seine Vintage-Saison, wo man dachte, wow, Quagliarella geil. Aber es geht einfach komplett bergab. Da hast du auch einen Caputo, der jetzt auch in der italienischen Community auch sehr beliebt ist und Co., weil er geile Leistung für das Solo geliefert hat. Aber auch der, dass du dich daneben im Quagliarella auf Caputo stützt, der deine Tore machen soll, das ist für mich Kamikaze mit zwei 35-Plus-Spielern da vorne alles zu stützen. Allgemein, der Kader überzeugt mich nicht so. Ich sehe da jetzt auch nicht die spielerischen Aspekte, wo ich sage, ja, da sind jetzt der und der Spieler, denen gebe ich das Vertrauen. Ich meine, du hast ja Darmstadt auch verloren, unter anderem, der ein sehr guter Offensivspieler war, der Kreativität reingebracht hatte. Ich sehe bei Sampdoria wirklich, dass sie absteigen, gerade wenn angesprochenes Lecce anfängt, etwas mehr Tore zu schießen oder einen Spieler zu finden, der einfach zuverlässig scort, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sampdoria absteigt, immer höher, was sehr schade wäre, weil Sampdoria ist für mich eigentlich ein Team, was in die Serie A gehört. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall meine Prognose. Ihr könnt natürlich wieder unten in die Kommentare schreiben, wer wird eurer Meinung nach Meister, wer sind die anderen drei Teams, die dann auch in die Champions League einziehen, welche beiden gehen dann in die Euro- bzw. Conference League und welche drei Teams steigen ab. Geh mal in die Kommentare, mal im Ballern, euer Willow schon meldet sich ab und bye-bye.